hallo also da ich jetzt ja mit youtube angefangen habe werde ich in jedem video versuchen etwas zu zeigen was interessant ist ich liebe es zu reisen ist egal ob städte landschaften sehenswürdigkeiten oder kultur ich bin hungrig nach neuen erfahrungen und das werde ich jetzt mit der kamera begleiten entweder durch videos oder fotos die ihr übrigens auch auf instagram sehen könnt die welt ist groß am liebsten würde ich in jedes land der welt reisen aber das kostet viel zeit und viel geld aber mal schauen wo mich der weg so hinführt ich lebe hier in hannover und jedes mal wenn ich irgendwo auf der welt war werde ich eine kleine flagge positionieren die ca so aussieht und die dazugehörige flagge aufrubbeln jetzt ist die karte noch relativ leer das liegt aber größtenteils daran dass ich das video hier drehe aber in zukunft wird da hoffentlich viel passieren ihr könnt mich also gerne begleiten folgt mir auf diesem kanal und auf instagram habt noch einen schönen tag und bis bald euer mc bello so ich gehe jetzt meine sachen packen und fliege irgendwo hin ich will die welt sehen mal gucken wo ich hinkomme aber ein paar mal geht denn das ist die karte die wach jetzt habe ich einfache die karte die karte nd